Schweres Gewitter! Schweres Gewitter hier! Guckt's euch an, Leute, wie das blitzt! Guckt's euch an! Schweres Gewitter hier! Blitzt halt die ganze Zeit immer! Loll, das blitzt die ganze Zeit so! Geil! Ja, guck mal, ich film! Meinst du, hier steht mal ein Wildcat? Boah! Da steht der doch gut! Ne, da steht da eigentlich scheiße! Der Wetter jetzt eh nass! Ist doch geil! So, jetzt komm ich aber rein! Leute! Ist leer! Unwetter! Unwetter, Leute! Ein richtiges Unwetter, Leute! Das ist genau... Weiß ich nicht, wo das ist genau über uns! Boah! Geil, Leute! Es ist echt geil! Guckt euch das an! Guckt das euch mal an! Alter! Krass! Krass! Das ist heute der neunte, oder so! Ähm... Ja, Pfingsten! Guckt's euch an! Alter! Das ist ja schön Boah Dank Leute Ey, da denkt man, das fotografiert gerade, aber das blitzt die ganze Zeit. Da hört man's. Oh Leute, das sieht in der Kamera richtig lustig aus. What the fuck? Das guckt ein bisschen zu nah, Leute. Da hört man's. Boah, Leute. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Das ist plötzlich nicht mehr normal, Leute. Das ist nicht mehr normal. Das ist der erste Sonnwetter. Das ist der erste Sonnwetter. Das ist der erste Sonnwetter. Das ist nicht mehr normal. Das ist ein bisschen mehr normal. Das ist der erste Sonnwetter. What the hell? Tornado! Heftig, Leute! Es ist heftig! Es ist so geil! Guckt das euch an! What the hell? Meine Kamera, Leute! Ich glaube, ich muss rein! Mit wem hochst du an? Boah, Leute! Sowas habe ich noch nie erlebt! Das ist schon krass! Warte! Hier fliegen Sachen rum! Krass! Das ist schon krass, Leute! Also sowas zu erleben! Guckt das euch an! Boah! What the hell, Leute! Boah! Hup! Mann! Also so hat er ich euch schon nie erlebt! Wir kippen schon Bäume um, glaube ich! Boah! Der war hier vorne! Der war hier vorne! Der blick! Der blick! Der blick! Der blick! Der blick! Da kam richtig, irgendwie, da kam da irgendwas in der Zustimmung. Guckt euch an, Leute. Dort hab ich echt mal nie erlebt, Leute. Boah. Fast, ey. What the hell? Boah. 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 Mich wundert, seid ihr in der Strom, ey. In der Strom, ey. Boah. 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 Krass Leute, richtig krass. Es ist richtig windig. Boah. Boah, hier ist ein Baum umgekippt. Joll. Der Kastanienbaum ist umgekippt. Ein Ass. Der Ast ist abgefeilt. Boah. Der Ast, siehste. So, ich mach mal eben eine Pause. Ich mach mal mit Licht und dann gehen wir da mal gucken. Jo Leute, ich film jetzt wieder. Das ist krass. Gerade ein Ast umgekippt in der Aufnahme. Ja. Meinst du, ich kann mal eben zu den Baum laufen, Mama? Nee, mach das nicht. Schon wieder einer. Wir kippen jetzt an dauernden Bäumen um. Boah, guck dir das mal an. So krass. Oh, Mama, das. Das ist ja eine riesige Flügelbeckung.